Aus Kritik des Antisemitismus von Andreas P. Hamm Fetischismus und Antisemitismus Der Fetischismus, jene den wahren, innewohnende Eigenschaft, ihren sozialen Charakter in wesenhaft natürlich Dingliches zu verwandeln, bildet die Grundlage und Voraussetzung jeder Ideologiebildung und des modernen Antisemitismus, der solcher Art ursächlich mit wertförmiger Vergesellschaftung verknüpft ist. Er stellt einen möglichen Effekt dieser Vergesellschaftung dar und lässt sich, Zitat Löffelow, als falsche Wahrnehmung von sozialen Prozessen deuten, die selbst zu ihrer verzerrten Wahrnehmung einladen. Postone geht jedoch darüber hinaus, wenn er, die notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzung und die Folgen gleichsetzend, den Antisemitismus als, Zitat Postone, besonders gefährliche Form des Fetischs, Zitat Ende, bezeichnet. Aber wahren Fetischismus und Antisemitismus sind nicht identisch, vielmehr baut Letzterung auf Ersterung auf. Die alltägliche Verkennung des Sozialen führten bestimmten Kontexten zu spezifischen Formen der Verzerrung der Realität. Der Fetischismus ließe sich bestimmen als die soziale und psychische grundlegende Logik des Antisemitismus, ohne beides in eins fallen zu lassen. Klausen attestiert Postone eine, Zitat Klausen, Erkenntnistheoretische Verkürzung, Zitat Ende. Er konstruiere einen, Zitat Klausen, Parallelismus in einer politisch-ökonomischen Logik, die der wahren Form einen Bewusstseinsinhalt zuordnet, Zitat Ende. Dieses, Zitat Klausen, deterministische Konzept des Antisemitismus, aus einer gleichsam reflexartigen Reaktion auf die ökonomischen Formen, Zitat Ende, stellt eine, Zitat Klausen, Schwäche vom Postons Erklärungsansatz, Zitat Ende, dar. Mit der fetischistischen Verkehrung von Sozialem in Natürliches kann nur die erste, allgemeine Stufe der Ideologiebildung erklärt werden. Ihre Fortsetzung zum Antisemitismus lässt sich nur aus historischen Spezifizierungen des falschen Bewusstseins begreifen. Denn, Zitat Klausen, Der wahren Fetisch wird im Vorbewussten und Unbewussten weiter bearbeitet. Am Schluss steht nicht rationales oder irrationales Bewusstsein des Einzelnen, sondern eine Alltagsreligion, die die Massen teilen, Zitat Ende. Postons These von der wahren fetischistischen Grundierung des Antisemitismus stellt dennoch einen wichtigen Ausgangspunkt dar. Wenn wahren Form und Unbewusstes auch jene grundlegenden Strukturen bilden, die den Antisemitismus determinieren, lassen sich seine Inhalte und Funktionen aber nicht einfach aus ihnen ableiten. Mit Sinnverarbeitungsregeln alleine ist er ebenfalls nicht vollständig zu begreifen. Erst in der Zusammenführung von grundlegender Struktur, antisemitischer Semantik und historisch-gesellschaftlichen Kontexten ist Erkenntnis möglich. Bei aller Determination des Antisemitismus durch kapitalistische Vergesellschaftung übrig bleibt der Überschuss an Leidenschaft und die Entscheidung zum Hass. Beim Antisemitismus handelt es sich, Zitat Scheidt, in keinem Fall allein um Fetischismus im Sinne eines eingeschränkten Erkenntnisvermögens, sondern immer auch um eine moralische Entscheidung, Zitat Ende. Werden Antisemitismus und Fetischismus gleichgesetzt, kann nicht erfasst werden, wie sich notwendig falsches Bewusstsein in alltägliche Praxen übersetzt. Der Antisemitismus wäre zu begreifen als Konkretisierung allgemeiner, Zitat Scheidt, Verblendung zu einer bewussten, absichtlichen, die subjektiv bejaht werden muss, um zu funktionieren. Zitat Ende. Zur Aktualität des Mythos Der Verschwörungsmythos erhöhte seine Relevanz für die ideologische Vergesellschaftung in dem Ausmass, in welchem der alte, religiöse Schleier über den Verhältnissen Risse bekam. Solange Gott das Leben kontrollierte, brauchten die Beherrschten diesen Mythos zum Ausgleich des Kontrollverlustes nicht. Die Demokratisierung stellt eine notwendige Voraussetzung der Erfolge solcher Mythenbildungen dar. Erst nachdem das Volk souverän geworden ist, dürfen die Herrschenden es nicht länger im Geheimen regieren. Sind diese Geheimnisse dann auch noch sinnverkehrende Plagiate, machiavellistische Politikkonzeptionen wird deren Umsetzung als Bestätigung für die Verschwörung ausgegeben. So etwa vom AfD-Kado Wolfgang Gedeon, der 2012 die Echtheit der Protokolle behauptete. Diese seien intellektuell, Zitat Gedeon, hochwertig, ja genial, Zitat Ende, und nicht antisemitisch. Er erkannte, dass die, Zitat Gedeon, zionistischen Klicken, Zitat Ende, in der Verfolgung ihrer politischen Ambitionen, Zitat Gedeon, im 20. Jahrhundert sehr erfolgreich waren, Zitat Ende. Auch gäbe es, Zitat Gedeon, gewisse Analogien zwischen der in den Protokollen propagierten politischen Strategien und Taktik und zum Beispiel der politischen Methoden der Brüsseler EU, Zitat Ende. Nach 1945 hat der Verschwörungsmythos manche seiner Funktionen eingebüßt. Er wird in Westeuropa heute kaum mehr unmittelbar herrschaftlichen Interessen dienstbar gemacht. Hier sind es psychische Bedürfnisse, die den Mythos am Leben erhalten. Massgeblich begünstigt werden seine Erfolge durch die Neigung, die kapitalistischen Verhältnisse zu personalisieren. Dieser strukturelle Antisemitismus wird durch den Verschwörungsmythos zum Manifesten, Zitat Imhof Deco, Antisemitismus und personalisierende Kapitalismuskritik treten deswegen gemeinsam auf, weil beide durch eine verschwörungsaffine Weltsicht befördert werden, Zitat Ende. Im antikapitalistischen Verschwörungsmythos werden nicht die Strukturen für die Misere verantwortlich gemacht, sondern mächtige Personen, um deren moralische Verkommenheit, Profitgier. Auf die Personalisierung und Moralisierung folgt die Verschwörungstheorie, denn anders als mit geheimen Absprachen der Drahtzieher kann ein komplexes Gebilde wie das kapitalistische Weltsystem nicht erklärt werden. Die, Zitat Imhof Deco, Affinität zwischen allgemeiner Verschwörungsmentalität und antisemitischen Einstellungen, Zitat Ende, kann dementsprechend auch dann nachgewiesen werden, Zitat Imhof Deco, wenn diese Einstellungen ohne jegliche Referenz zu jüdischen Verschwörungen gemessen werden, Zitat Ende. Strukturello Antisemitismus Die weitgehende, Zitat Bergmann Erb, Kommunikationslatenz, Zitat Ende, des Antisemitismus nach 1945, bedeutete nicht dessen Ende. Die Hoffnung, dass sein Heraushalten, Zitat Bergmann Erb, aus der öffentlichen Kommunikation langfristig die Tradierung anti-jüdischer Stereotype abschwächen, Zitat Ende, könne, hat sich nicht erfüllt. Es scheint, als überdauerte der Antisemitismus seine öffentliche Ächtung auch, indem seine Projektionen auf andere Objekte verschoben wurden oder sich über, Zitat Bergmann Erb, Umwegkommunikation, Zitat Ende, in akzeptierter Weise artikulieren. Adorno stellte dem sich auf Andeutungen und Codes beschränkenden Antisemitismus ein Krypto voran. Für jenen Teil des Ressentiments, der sich unter gleichbleibenden psychodynamischen Funktionen von den Juden gelöst hat, möchte ich das Attribut strukturell vorschlagen. Als ein Beispiel für strukturellen Antisemitismus nannte Adorno die Astrologie. Der Glaube an die Sinnstiftung durch Sterne sei mit dem antisemitischen Verwandt. Beide teilten die, Zitat Adorno, Tendenz, nicht etwa das schwelend Unbewusste aufzuklären, sondern es zu manipulieren und in den Dienst irgendwelche Sonderinteressen zu bringen. Zitat Ende. Bis ins Detail liesse sich, Zitat Adorno, eine strukturelle Übereinstimmung, Zitat Ende, von, Zitat Adorno, astrologischen Stereotypen und antisemitischen Stereotypen, Zitat Ende, nachweisen. Nach dem Konzept des strukturellen Antisemitismus kann sich das Ressentiment auf verschiedene Objekte aufspalten, denen unterschiedliche Projektionen angeheftet werden. Es ist, Zitat Makel, gewissermassen zerfallen, Zitat Ende. Angesichts der Ähnlichkeit der Zuschreibungen scheint es legitim auch dort, wo, Zitat Holz, antisemitische Semantik ohne die Konstruktion von Juden, Zitat Ende, auskommt, von eben strukturellem Antisemitismus zu sprechen. Die Projektionen auf Ersatzobjekte, Zitat Makel, erfüllen in der Psyche der Verfolgung die gleichen Bedürfnisse, Zitat Ende, wie der manifeste Antisemitismus. Das Konzept hilft zudem, das behauptete Abrücken Rechtsextremer vom offenen Antisemitismus richtig einzuordnen. Während die leidenschaftlichen Motive auf Moslems verschoben wurden, schlägt das weltanschauliche Motiv in den kultivierten Verschwörungstheorien durch. Und diese sind eben nicht dann erst antisemitisch, wenn Juden als die Verschwörung benannt werden. Auch scheint dem Antisemitismus eine Tendenz zur Ausweitung inne zu wohnen. Horkheimer und andere haben schon 1941 darauf hingewiesen, dass die Grundstruktur des Antisemitismus, Zitat Horkheimer, sich nicht allein in antisemitischen Ausbrüchen, Zitat Ende, manifestiert, sondern, Zitat Horkheimer, auch in Angriffen, denen andere Gesellschaftsgruppen ausgesetzt, Zitat Ende, sind. Als Beispiel sei die Agitation gegen den eben als parasitär, lasterhaft und den nationalen Rahmen überschreitend dargestellten Adel angeführt. Weitere Beispiele stellen der anti-armenische und anti-chinesische Rassismus, der Diskurs über die organisierte Kriminalität, Anti-Intellektualismus, Anti-Amerikanismus, Anti-Urbanismus, fetischistische Antikapitalismus und stalinistische Anti-Imperialismus dar. Der fetischistische Antikapitalismus verharrt an der Oberfläche, spielt Untrennbares gegeneinander aus und verwandelt die abstrakte Herrschaft des Kapitals in eine personelle Herrschaft der Kapitalisten. Das falsche Bewusstsein schließt, Zitat Schmiedinger, aus dem Nicht-Auffinden von Herrschenden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Herrschaft, dass sich die Herrschenden dann nur umso besser verstecken müssen, ihre Herrschaft also in einer Art Geheimbund, einer dunklen Macht, die aus dem Hintergrund verborgen die Fäden zieht, ausüben, Zitat Ende. Mit Postone kann dieser Antikapitalismus als Charakteristikum des modernen Antisemitismus gesehen werden. Er ist die extremste Form der Mystifikation des Kapitalismus. Der Kapitalismus wird nicht als, Zitat Marx, die unmittelbare Einheit von Produktion und Zirkulation, Zitat Ende, kritisiert, sondern aufgespalten. Aus dem Doppelcharakter der Ware werden zwei Entitäten, die Produktion von Gebrauchswerten, konkrete Arbeit, und die Zirkulation von Tauschwerten, abstrakte Arbeit. Aus den unterschiedlichen Funktionen des Kapitals werden unterschiedliche Wesenheiten und anstatt gegen den Kapitalismus wird gegen das internationale Finanzkapital agitiert. Die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten werden zu Folgen des schändlichen Treibens profitgieriger Kapitalisten oder Spekulanten, welche ihr Werk in den USA begannen, umgedeutet. Insbesondere in der Krisenrezeption wird oft aus solcher Klaviatur gespielt. So 2005 die IG Metall. Auf einem Titelbild ihrer Zeitung war neben der Überschrift US-Firmen in Deutschland die Aussaugung, ein breit grinsender Investor als Stechmücke, dargestellt. Der Leitartikel »Die Plünder sind da« ist mit weiteren Zeichnungen gleichen Inhalts illustriert, darunter »Wie Mücken saugen die amerikanischen Finanzinvestoren die deutschen Firmen aus«. Neben alten Blutsaugerbildern erlebte der Mythos von der Güterschlechterei aus dem 19. Jahrhundert in anti-amerikanischer Bemäntelung eine Wiederauflage. Die Verantwortlichen der IG Metall knüpfen solcher Art, Zitat Blättlo Schmiedung, an eine lange Tradition antisemitischer Hetzbilder an, Zitat Ende. Dennoch zog 2007 die Gewerkschaft Verdi in einer Publikation nach, illustriert mit Heuschrecken, betitelt mit Finanzkapitalismus, »Geldgier in Reinkultur«. Dort heisst es, dass das Prinzip des Geldmachens nicht etwa schon den Kapitalismus kennzeichne, sondern erst, Zitat Verdi, »auf den Finanzmärkten zur alles entscheidenden Triebkraft«, Zitat Ende, Verdi. »Geldgier in Reinkultur«,